DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Ouça y repita O Anniversario Der Geburtstag Eu faço Anniversario. Ich habe Geburtstag. Eu vou fazer 30 anos. Ich werde 30. Eu vou festejar meu Anniversario. Ich feiere meinen Geburtstag. A festa de Anniversario. Die Geburtstagsparty. O convite. Die Einladung. Eu gostaria de convidar você para o meu Anniversario. Ich möchte dich zu meinem Geburtstag einladen. O que você quer de presente? Você não precisa me dar nenhum presente. Du musst mir nichts schenken. Eu queria um livro de presente. Ich wünsche mir ein Buch. O presente. Das Geschenk. O Bolo de Aniversario. Der Geburtstagskuchen. Até a wäre. Parabéns. Cheg36-volleyt vorbei. Parabéns. Um tempo dedyazione. O conti. gitu. Untertitelung. BR 2018